So, willkommen zurück zu Mario. Ich war noch bei meinem vorigen Level ganz kurz und hab da ein bisschen was gesammelt. Deswegen hab ich jetzt auch wieder diesen tollen Anzug an. Ich weiß gar nicht, ob ich den sowieso schon anhatte. Auf jeden Fall hab ich ihn jetzt und kann damit ganz viel Spaß anstellen. Oh ne, Bullet Bills. Die mag ich gar nicht. Die sind so gemein und schwarz und hier drehen die sich sogar. Ich wette, ich brauchte noch irgendwas. Das wäre ja nicht so offensichtlich, langsam und langsam ist sie durchaus, muss man sagen. Ähm, wieso bin ich kein Pinguin mehr? Ich bin noch nirgendwo kaputt gegangen bis jetzt gerade. Dafür brauch ich den... Oh, da komm ich nicht hoch. Ah, so geht's aber auch. Gut. Oh, ist doch knapp. Ich würd aber trotzdem gerne wissen, warum ich kein Pinguin mehr war. Ich glaub, ich hab ne Blumen eingesammelt gehabt, deswegen. So, das krieg ich gar nicht mal mit. Jetzt wirft er schon mit Eis. Was zum Teufel. Einfach durch nur. Dann geht er schon. Oh shit, muss ich da hoch? Ne, da geht's durch. Ein durchgängiger Baum. Einfach nur Hintergrund. Super. Super gemacht, Sam. Ah, was für ein... Assi. Die können nicht mal durcheinander... ...durch sich durchgehen. Die müssen... ...abprallen. Und das war blöd. Das war ganz knapp, aber... Egal, macht's Spaß, macht's Spaß. Sechs Leben noch. Da geht nichts mehr schief hier. Die Level sind bisher noch nicht zu schwer. Der Schwierigkeitsgrad steigt zwar an, aber... ...noch keine Herausforderung für mich. Auch wenn ich schon ziemlich gefällt hab, klar, aber... ...das ist normal. Wihihi. Immer wieder muss man die Münzen einsammeln, wenn man stirbt. Das ist blöd. Oh shit, 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 shit. Wih, der trifft mich. Blöde Bullet Bills. Geht mal weg, da. Und... So, perfekt. Ätschie, bätsch. Vielleicht hätte ich jetzt noch ein bisschen warten sollen, bis der Bullet Builder weg ist. Oder ich spring einfach durch. Da oben ist garantiert was. Da will ich mal hingucken. Jawohl. Ah, wunderbar, nur Münzen. Das hat sich ja gelohnt. Ah! Ey, ist gemein. Ah, Mittelpunkt. Ah! Nicht so weit springen. Die sind so langsam, das ist verwirrt mich voll. Ich bin die irgendwie schneller gewohnt. Tutuken! Ah! Okay, geht doch. Alles nach Plan. Oh, knapp. Warum tanzt er eigentlich so blöd, der Böde Cooper? Also, ob die Musik irgendwie zum Tanzen wäre, die nervt nur noch. Scheiße, das wird schwer jetzt. Oh! Genau. Ach, da unten ist eine Röhre. Ah! Schieß! Schieß mal! Schieß mal! Oder spring einfach. Ich glaube, die schießt nicht, wenn ich dran stehe. Wäre eine Möglichkeit. Ähm. Muss ich da ganz nach oben? Scheiße. Das wird brutal schwer. Wie soll ich das denn machen? Erst auf die... Oh! Ich glaube, ich lasse es lieber, wenn ich klein bin. Aber ich will trotzdem mal versuchen. Ich muss hoch. Hier in der Mitte. Darauf. Darauf. Und... Ja, okay. Ist nur eine Münze, aber trotzdem will ich sie kriegen. Okay. Ich hole sie mir nicht. Mittelpunkt habe ich aber schon. Das weiß ich. Immerhin nicht von ganz vorne anfangen. So, jetzt rasche ich einfach durch. Warum habe ich mir wieder keinen... Ach so, da gibt es eh einen Pils. Also, was soll's. Ich will eigentlich viel öfter Items nehmen. Ich hab so viele. Hui. Au. Skill, wo bist du? Da schon mal nicht. Und da auch nicht. Oh, schade. Ich hab Angst vor diesem Boxer-Cooper. Der ist bestimmt voll brutal. Aber das werden wir jetzt nach dem Level rausfinden. Writing. Ich will ein neues Lied. Das nervt. Ist irgendwie schon so typisch Wii-mäßig. Vielleicht mag ich es ja deshalb nicht. Ah, wunderbar. Scheiße. Hoffentlich kommen nicht noch solche... Bullet Bears, die einen verfolgen. Solche gibt es ja auch eigentlich. Wieso? Von hinten. Und der... Emulator ist abgestürzt. Also mach ich mal kurze Pause. So. Ich bin schon auf... Aufnahme. So, dann können wir jetzt mal weitermachen. Endlich. Nachdem ich der Emulator so schmählich im Stich gelassen hat. Jetzt hab ich das Item verpasst. Aber brauch ich auch gar nicht. Ich bin ja eh schon groß. Jetzt lasse ich die Röhre da unten einfach in Ruhe und gehe hier weiter. Einfach um das Level zu schaffen. Das irritiert mich voll, dass die nicht durch sich durchgehen. Ah, das geht nicht. Oh, da unten. Toll. Da ist gar kein Abgrund. Ah. Scheiße. Oh. Das war zu viel. Das war zu viel gewollt. Jetzt gucke ich schon, ob ich irgendein gescheites Item hab. Mit dem ich was anfangen kann. Nicht wirklich. Ich hab so viele Sterne. Ich brauch die gar nicht. Tun wir die mal wegmachen. Die bringen mir zwar nicht viel hier. Aber dafür sind sie jetzt ein bisschen verbraucht. Boah, ich bin sau schnell. So schlecht sind sie gar nicht. Yeah, der springt sau weit. Perfekt. Von wegen. Der bringt nichts. Der ist sau geil. Viel zu viele Kanonen. Jawohl, jawohl, jawohl. Boah, der Stern hat mich gerettet. Sehr schön. 400. Ironie off. Gut. Bis zum Schloss will ich noch machen. Wenn es hier irgendwo eins gibt. Bis zum Geisterhaus. Boah, ich hab Angst vor dem Geisterhaus. Das erste im Spiel. Jetzt geh ich erst mal zum Pilzhaus. Oh, nee. Ich geh erst mal zum Boxen Cooper. Yippie, yay. Da bin ich gespannt, was kommt. Okay. Zu dritt gegen einen. Das ist auch nicht sehr nett. Die können gar nicht. Was soll der Scheiß denn? Ja, okay. Ich verstehe. Der oben rechts wird es schwer. Die können aber nicht runterhüpfen. Auch nicht schlecht. Ein geiles Sprungbrett mit neuem Design. Da muss ich drauf springen also auf den Typ. Als kleiner Fratz. Das kann ja nichts werden, oder? Er wirft und jetzt... Na, 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 na. So nicht. Ja gut, so schwer ist er, nicht? Erstmal schmilzt es das Pilzhaus. Und nee, das ist ein Level, oder? Scheiße. Egal, egal. Dann mach ich das eben. Ui. Geil. Leben, komm her. Komm zu mir. Kann dich gut gebrauchen. Ich hab mir nämlich nur fünf. Kein Wasser, oder? Eiswasser, das ist kalt. Da fällt jetzt kein Stachel, oder? Scheiße. Aber man kann sie erkennen. Man kann sie... Ah, den konnte ich nicht erkennen. Ah! Ach du Scheiße, Mann. Das ist gefährlich hier. Und die wachsen auch noch nach. Das ist doch ein Witz. Moment. Da will ich gucken, ob da eine Münze drin ist oder irgendwas Gescheites. Nee, das war klar. Das war zu erwarten. Ich spring einfach durch. Wenn das Eiswasser mir geschadet hätte, wäre ich ausgerastet. Ui. Irgendwas Gescheites. Irgendwas Gescheites. Ah. Da oben muss ich nicht hin. Ich will einfach nur durch. Da, irgendwas Gescheites. Leben. Immerhin. Ah, gut. Wenn es dir Spaß macht. Mir macht... Mir macht es jedenfalls nicht Spaß, wenn ich getroffen werde. Ich wollte aber eigentlich sagen, mir macht es Spaß, wenn ich ihn treffe. Aber ich habe ihn nicht getroffen. Egal, mit Punkt. Ach du Scheiße, was für ein Riesenfotz da. Ah. Jawohl. Endlich. Endlich. Darauf habe ich gewartet. Wenn ich jetzt kaputt gegangen wäre von so einem Goomba-Dreck. Was war das denn? Ha, geil. Okay. Einfach nur durch. Einfach nur durch. Ui. Der springt so geil. Sehr schön. Das war es mit meinem Pinguin. Weg mit dir. Wow. Münzen. Ich bin doch so hell. Dankeschön. Goomba. Wieso springe ich nicht rechtzeitig? Warum nicht? Weil ich blöd bin. Nochmal. Ich glaube, das Level ist total unnötig, weil es nur zum Pilzhaus geht dann. Aber ich will es jetzt trotzdem machen, weil ich schon fast durch bin. Und vor allem, weil es jetzt hier keinen Pinguin gibt, sondern einen Pilz. Egal. Ich hätte mir einen nehmen können. Ich habe ja ein paar übrig. Nicht schon wieder. Dann darf ich eben nicht beim Stachel wieder kaputt gehen. Okay. Vergessen wir das. Tschüss. Zwei auf einen Streich. Wow. Ach du Scheiße. Komm ich da noch... Nee, komm ich nicht. Gut. Ich weiß also, ich nehme jetzt einen Pilz. Damit ich dann gleich einen Frosch kriege. Ich meine Pinguin. Pilz. Boah. Ich habe es noch sieben Pilze. Ich bin ein reichen Item und ich nutze sie nicht. Kann doch nicht wahr sein. Dankeschön. Ah. Den habe ich ganz verges... Ah. Scheiße. Bin ich blöd. Ich vergesse das Wichtigste. Eis ist gefährlich. Wieso? Ich habe ihn doch getroffen, Mensch. So. Jetzt muss ich es aber schaffen. Ich will diese Münze nicht nochmal holen. Ha. Knapp. War einer wieder drauf reingefallen. Okay. Okay. Das ist nicht schön. Goombas. Die überleben auch überall. Ob Lava oder Eis. Boah. Das ist böse Schergen. Kann ich hier runterrollen? Jawohl. Bäm. 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 Ähm. Schmack ein Goombas. Die sollen da weggehen. Kommt na weg. Kommt na weg. Kommt na weg. Und tschüss. Ah. Äh. Hä? Ach so. Scheiße. Hahaha. Das war geil. Ich habe es drauf, Mann. Ähm. Ich dachte, das wäre es jetzt endlich. Aber nein. Gibt es hier vielleicht noch einen Mittelpunkt? Das wäre irgendwie nett jetzt. Mit der Zeit mal. Ich wette, diese Fässer nimmt man genauso, wie man diese Torhards nimmt. Aber ich raffe es immer noch nicht. Irgendwie muss es doch gehen. Nein, nein, nein. Okay. Irgendwie habe ich es hingekriegt. Und so mache ich es dann später auch mit den Torhards. Auf jeden Fall geht es. Oh, shit. Wie soll das denn gehen? Da brauche ich ein Item und muss durchrennen. Ey, das Level ist so lang. Es ist scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber ich werde es einfach weiter versuchen. Hui. Und ruhi. Jetzt habe ich schon wieder den Pinguillin vergessen. Ich bin doch blöd. Ich will es mir unbedingt schwer machen. Schnee, Kugeln voraus. Ihr weist mir den Weg. Okay, den will ich jetzt platt machen. Oder... Der kann so blöd... Wer kann denn nicht nach oben werfen, Mann? Der kann nur nach unten werfen. Okay, ich gehe mal von unten hin. Warum nicht gleich so? Auf die altmodische Art geht es doch am besten. Okay, das war nicht verabschiedigt. Aber dafür geht es schneller. Kann ich die während ich so slide die auch wegballern? Ich weiß es nicht. Ich will es eigentlich nicht riskieren. So. Probieren wir es einfach mal. Jawohl, es geht. Aber hier noch warten und dann... Endlich. Das war beinahe schon wieder blöd. Ich versuche mal... durchzusliden. Jawohl, so geht das nämlich. Perfekt. Wohl dem, der ein Pinguin ist. Oder... Einer war... So... Die Münze, wer braucht die denn? Die kann man doch gar nicht holen. Geschafft, geschafft, geschafft. Supi. Dann war es das mit diesem Video. Genau 15 Minuten um. Yippie. Jetzt noch kurz gucken, ob ich zum Pilz rauskomme. Jawohl. Jetzt kann ich sogar den Cooper-Typen aus dem Weg gehen, geil. Mehr oder weniger. So, aber bevor ich da reingehe, mache ich kurz einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal.